Hallöchen Freunde, willkommen zurück hier bei Lego Herr der Ringe und wir machen weiter mit dem nächsten Level und zwar es geht nach Kirit Ungol, nachdem wir hier beim letzten Mal bei der einsamen Treppe waren, geht es jetzt weiter, so das ist der falsche Weg, so jetzt muss ich gerade mal gucken, Kirit Ungol und oh da haben wir noch 0 von 10, 0 von 3 und auch den Plan. noch nicht, also jetzt können wir maximale Beute hier machen und ich hoffe auch einfach mal, dass das klappen wird. So, wie sieht denn der Fahrplan noch aus? Also wir machen jetzt die Level weiter, so wie wir halt die Reihenfolge haben, die richtige. Danach geht es dann mit den roten Steinen erstmal wieder weiter, da machen wir dann wieder eine Folge rote Steine und ganz am Ende holen wir uns die Charaktere und machen auch die kleinen Quests. Achtung, ich habe mich schon gewundert, warum die so aussieht, aber wir haben ja das Aussehen von den Bossgegnern verändert. So, und wir dürfen die auch noch nicht umhauen. Also wir haben, wir müssen die erstmal schön ignorieren. Wir haben hier an der Decke Kokons, die müssen wir mit dem Legolas einmal runterhauen. Das sind 5 Stück, auf der Seite einmal 2 Stück und auf der linken Seite haben wir auch noch welche. Zack, na komm. So, die Spinde, die ignorieren wir erstmal. Na, die treffen wir nicht. So, mal von hier. Ähm. Spinde, du nervst gar nicht. So, 3 von 5. Ich weiß nicht gerade, warum wir die eine zwischendurch schon bekommen haben. Obwohl wir doch noch gar nicht fertig waren. So, jetzt haben wir sie. So, das ist Tour Nummer 2. Aber warum haben wir die andere schon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich will mich jetzt auch gar nicht beschweren. So, dann müssen wir... Ne, aus dem hier müssen wir einmal den Gimli machen. Und den Gimli, den müssen wir jetzt einmal werfen. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, während die uns hier attackiert. Weil er uns dann immer wieder aus der Hand rausfällt. Dann kommt Gimli nochmal her hier. So, und dann werfen wir ihn da mal hoch. Und er holt dann hier nämlich Bauteile runter. Und guckt, wie schnell wir aufbauen können. Weil wir diese Verbesserung drin haben. Diese ganz wichtige. Und dann können wir hier hoch springen und uns die nächste Truhe holen. Oh, ich will noch gar nicht auf sie. Gut. Hier haben wir die letzte Tour. Ah, die haben wir schon bekommen, weil wir hier in der Nähe waren. Okay. Hier wird jetzt nichts mehr drin sein. Aber ich zeige es euch trotzdem mal hier. Das Netz muss man einmal wegmachen. Und dann ist hier nämlich die Truhe drin, die wir jetzt aber schon vorher bekommen haben. Durch ein bisschen Glück. So, und dann können wir uns hier jetzt eigentlich... ...um Spinni kümmern. So, einmal zuhauen. So, wie war das noch? Ich habe das Gefühl, wir brauchen wieder... ...wir brauchen wieder das Ding. Die Lichtquelle. So, komm, gib uns die Lichtquelle her. So, komm, und er hier jetzt mit deinem... ...mit dem Ding. Und... ...einmal rein in das Maul. Komm. Yes. Okay, war jetzt nicht das Maul, aber auch okay. Na, bleibst du da oben? Ach so. Schickt lieber ihre Babys nach vorne. Natürlich. Gib mir schon das Licht. Alter, ist die Angriffsflüge nicht. Na, komm. Ich will das Licht. Ah, das war knapp. So, Gimli hol dir wieder das Schwert. Und einmal wieder zustechen. Und zack. Der zweite Streich. So, und einmal müssen wir wohl noch, oder? So, und wie man sieht... ...unsere Lebensenergie regeneriert sich jetzt nämlich. Dadurch, dass wir den roten Stein haben. Das lässt sich immer alles eigentlich ausschalten. Aber warum nicht, ne? Warum denn nicht? Ach, komm, jetzt wirft die Finde hoch. Danke. So, das nehmen wir hier wieder auf. Ach, komm, es wirft schon hoch. Jawohl. Der wird's. So, weiter geht's. Zack. Nehmen wir das einmal mit hier wieder. So, sie hat wieder ein bisschen Angst. Und Gimli, komm, zieh zu. Und jetzt gebt ihr den Rest, hoffentlich. Alle guten Dinge sind drei. Ach, die ist auf Rollschuhen. Das sehe ich jetzt erst. Zack, 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 zack. Und... ...stirmen. So, du auf deinen miesen Rollschuhen verpiesel dich. Hat mal wieder einen abgemurkst, hä? Dieser Bursche ist nicht tot. In den Turm mit ihm. Nicht tot? Foten weg. Das glänzende Hemd, das gehört mir. Ich lass mir gar nichts befehlen von stinkigen Morpulraten. Sam, Sie haben den Ring genommen. Entschuldigung, aber das haben Sie nicht. Oh, komm her, Frodo. Gut. So, wir sind im Turm. Und... Unsere erste Truhe, die befindet sich direkt hier vorne. Beziehungsweise im Hintergrund. Da sehen wir sie. Wir brauchen hier einfach nur mal durchgehen. Zack. Und dann gehen wir hier wieder rein. Ach du Scheiße. Das tut mir ja beim Zugucken schon weh. So, ich würde sagen, wir räumen hier nochmal ein bisschen auf, oder? Hier ist jetzt nicht mehr so viel zu holen hier oben. Aber... Ach komm. Zumindest das hier machen wir nochmal. So, wofür ist denn das? Ach du Scheiße, dieser... Oh, der arme. Guten Flug. Au. Das hat bestimmt wir getan. So, mich wundert ehrlich gesagt, dass hier oben sich jetzt nichts befindet. So, das räumen wir hier nochmal kurz alles weg. Denn, ihr wisst, wir brauchen die Kohle. Wir brauchen die Kohle. Damit wir hier unsere Stats... Dann... Also unseren Multiplikator noch verbessern können. So, das räumen wir hier auch nochmal ganz kurz weg. So, so viel Zeit muss sein. Gut. Und hier vorne noch. Dann sind wir hier durch. Und dann geht's hier runter. Hallo, Jungs. Und die blauen Steine, die lohnen sich richtig. Die sind immerhin... Das sind ja eigentlich Tausender. Die sind jetzt... 8000 wert. So, hier brauchen wir so ein... Rädchen für. Aha. So, einmal den Frodo. Nehm dir mal das Rädchen mit. Danke sehr. So, wäre ich jetzt kronkt, dann würde ich jetzt einen Witz über dieses Rädchen machen. Wisst ihr, wie ein, äh... Ein, ein Kommentator bei ProSieben heißt. Oder ein Moderator. Steven. Genau. Reimt sich auf Rädchen. Richtig lustig. So, komm. Einmal ranhängen hier und... Wobei, Sarazar macht das, glaube ich, auch des Öfteren mal mit den Worldwitzchen. So, aber ich habe nichts gegen die. Ganz im Gegenteil. Ich gucke sie mir sogar selber auch mal an. So, hier brauchen wir einen Elb. Und der Elb, der kann nämlich hier einmal ran. Der kann... Oh. Ja. Einmal runter. So, das möchte ich nochmal. Von hier. Genau. Okay, aber viel ist dann nichts mehr zu holen. So, das haben wir auf jeden Fall geholt. Und dann geht es hier weiter runter. Und ich möchte jetzt nicht mit dem Bogey kämpfen, sondern am liebsten jemand, der richtig Aua macht. Zum Beispiel Kim. Hallo Jungs. Wie geht's euch? Alles Gute euch. Und dann haben wir hier mal ordentlich aufgeräumt. Der eine ist dann noch bei der Treppe. Kann da ruhig bleiben. So, wir nehmen hier mal wieder alles auseinander. Na, komm. Und hier. Ja, und der Ork, der darf ruhig gerne mal runterkommen zum Spielen. So, wir haben jetzt in diesem Level schon 300.000 Münzen, 300.000 Stubs dazugeholt. Das ist eine ganz schön gute Summe eigentlich. So, du Angsthase. Was warst du mit ihm? So, und Nachschub. Wunderbar. Gut. Das hier noch. Und jetzt müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen was machen. Was Produktives. Äh. So, jetzt können wir hier wieder was schnell aufbauen. Zack, 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 zack. Das ist ein Lagerfeier. Und wir haben hier drei Mitrilblöcke. Dreimal dürft ihr raten, was bei dir ist. Genau, Holz. Und den hier noch einmal. So, hier haben wir einen Fisch. Hier haben wir Holz. Spiegelei. Nochmal Holz. So, das Holz können wir hier schon mal rein machen. So jetzt eigentlich nicht, aber ist schon okay. Ach, komm. Mach's doch nicht so kompliziert, Kollege. Nimm dir das so bei Holz und dann tu das hier rein. Danke sehr. Ja, das braucht eigentlich der Sum alles. So, schmeiß das andere auch nochmal raus, was du hast. So, einmal weg. Das spawnt jetzt wieder neu. So, dann brauchen wir hier nämlich noch einmal einen Bogenschützen. Denn wir haben hier noch eine Lampe rumhängen. So, und dann brauchen wir den guten Sum. Der hat nämlich schon seine Bratpfanne. Der nimmt hier nochmal einmal kurz das Holz auf. Tüht das hier rein. Zündet den Krempel an. So, und dann haben wir hier ein paar Zutaten für eine gute Pfanne. Jetzt können wir es nämlich auch alles gut kombinieren. Mit dem Fisch. Dann haben wir eine Bratpfanne, Tomate und Fisch. Und dann noch einmal den Hering dazu. Dann haben wir eine volle Bratpfanne. Und dann können wir hier einmal was braten. Und, genau, das schmeckt. Da kommen auch schon die Orks runter. Und die Orks droppen uns nämlich hier ein tolles Item, was wir für's Craften brauchen. Eine Kochmütze. Und dafür war jetzt der ganze Aufwand. Tut mir wirklich leid, aber ist wirklich so. Gut, weiter geht's. Und nämlich im nächsten Gebiet. Und zwar einem großen Gebiet. So, und hier machen wir ein kurzes Päuschen. Nächste Folge machen wir dann weiter hier in Kirut Ungol mit unserem Guide, wo wir alle Items mitfinden. Bis dann. Es war ja inclitat sich. Wenn das wie immer, aniignet ihr weiterhin schlubst ist, und auch echt sein, immer wieder ein kurzes Tagesgruppen. Was war ja auch hinter dir? Nichts oder jeniget ihr? Vernaut, kurz mal resign결 devastated.